Und jetzt vor der Pause werden wir noch die Fußtechnik für sehen. Es sind wieder sechs Paare im Finale. Wir haben ja auch im Nachhinein schon Toren-Militanen. Ich glaube, alle sind bereit. Und wir starten mit Verruder 1. Aus Wien, aus Töblingen, Startnummer 70, Alexander und Magdalena. Aus Wien, aus Töblingen, Startnummer 70, Alexander und Magdalena. Aus Wien, aus Töblingen, Startnummer 70, Alexander und Magdalena. Aus Wien, aus Töblingen, Startnummer 70, Alexander und Magdalena. Aus Wien, aus Töblingen. Vielen Dank für's Zuschauen.